Herzlich willkommen bei der Aufbauanleitung für einen Aluminium-Carport der Kunststoffhandel Rexin GmbH. Wir erklären Ihnen in diesem animierten Video den einfachen und optimalen Aufbau einer Rexoport Carport Überdachung. Bitte haben Sie Verständnis, dass der Aufbau von Sonderkonstruktionen mit Ihrem Fachberater individuell abgesprochen werden muss. Der Aufbau eines Rexin Carports ist in drei Arbeitsbereiche unterteilt. Punkt 1 Vorbereitung der gelieferten Produkte und Bereitstellung Ihrer Arbeitswerkzeuge. Punkt 2 Der Aufbau der Unterkonstruktion. Punkt 3 Die Montage der Dachhaut. Punkt 1 Die Vorbereitung. Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, beachten Sie bitte folgende Hinweise und Tipps. Prüfen Sie anhand Ihrer Rechnung die Vollständigkeit und Richtigkeit der gelieferten Ware. Schaffen Sie sich genug Platz zum Arbeiten. Stellen Sie sich folgendes Arbeitswerkzeug bereit und überprüfen Sie dessen Funktionalität. Bohrmaschine mit diversen Bohrern. 3,5 mm, 4,8 mm, 6 mm, 8 mm und 11 mm Metallbohrer. Metallbohrer, 10 mm Steinbohrer, Akkuschrauber, 20er, 25er, 30er und 40er Torxbit, 8 mm Bitaufsatz, Drehmomentschlüssel, 48er und 68er Metalllochbohrer, Silikonpistole, Gummihammer, Metallsäge, Wasserwaage, Bleistift, Küchenmesser, Maßband und Zollstock, zwei Montageböcke, eine stabile Holzbohle mit den Mindestmaßen 30 x 130 cm, Polstermaterial oder eine weiche Decke, eine lange Schnur. Punkt 2. Die Unterkonstruktion. Im zweiten Teil dieser Aufbauanleitung wird Ihnen die Montage der Aluminiumunterkonstruktion gezeigt. Ein allgemeiner Hinweis vorab. Unsere hochwertigen Aluprofile besitzen eine hohe Materialstärke. Daher wird empfohlen, alle Löcher in mehreren Schritten zu bohren. Bereiten Sie zu Beginn die Pfosten vor und verbinden Sie diese mit den 110 x 110 Querträgern. Legen Sie sich als erstes die Pfosten für die Weiterverarbeitung auf eine angenehme Arbeitsposition. Bevor Sie mit der Befestigung von Pfosten und Bodenplatten starten, bohren Sie in zwei der Pfosten mit einem 68er Metalllochbohrer die Löcher für die Entwässerung. Achtung, die Mitte des Loches muss mindestens 100 mm Abstand vom Pfostenende haben. Schrauben Sie anschließend die Bodenplatten mit je 4 M8 x 25 mm Schrauben an den Pfosten fest. Sobald alle Pfosten vorbereitet sind, legen Sie zwei der Pfosten parallel zueinander auf den Boden. Bestimmen Sie nun, an welcher Position die Pfosten mit dem Regenablauf gesetzt werden. Beachten Sie bitte, dass Sie jeweils einen Regenablauf auf der linken und einen auf der rechten Carportseite benötigen. Achtung, bitte verteilen Sie vorab genügend weiches Material zwischen Profile und Boden, um so Beschädigungen an der Oberfläche während der Montage zu vermeiden. Positionieren Sie nun die Bohrschablone mit einem Abstand von 5 cm zum oberen Pfostenende. Die Kerbe zeigt dabei nach oben und das R muss lesbar sein. Markieren Sie die Löcher und bohren Sie diese mit einem 3,5 mm Bohrer vor. Vergrößern Sie schließlich auf 6 mm. Befestigen Sie die U-Anker mit den M6 x 20 mm Maschinenschrauben und den dazugehörigen 24 mm Dichtscheiben und M6-Muttern. Stecken Sie dafür die M6 x 20 mm Schrauben, wie gezeigt durch U-Anker und Pfosten. Schrauben Sie diese dann mittels der Muttern von innen am Pfosten fest. Achten Sie darauf, dass sich unter den Schraubenköpfen sowie unter den Muttern jeweils eine Dichtscheibe befindet. Beide U-Anker zeigen jetzt zueinander. Nehmen Sie nun den Querträger und befestigen Sie einen weiteren U-Anker mit den Super-Saphir-Schrauben genau mittig. Die Kerbe der Bohrschablone zeigt in Richtung eines Pfostens. Verwenden Sie nur den 3,5 mm Bohrer, um die Löcher vorzubohren. Anschließend setzen Sie die Mittelstütze auf diesen U-Anker und verbinden beide Bauteile ebenfalls mittels Super-Saphir-Schrauben miteinander. Der Abstand der Schrauben beträgt jeweils 1,5 cm von der Außenkante der Mittelstütze. Schieben Sie jetzt den Querträger auf die U-Anker der Pfosten, sodass im späteren Verlauf die Mittelstütze nach oben zeigt. Verschrauben Sie ihn erneut mit den Super-Saphir-Schrauben. Sie haben nun den ersten Rahmen fertiggestellt. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise, bis alle Rahmen vormontiert sind. Richten Sie nun einen der fertigen Rahmen mithilfe einer zweiten oder dritten Person auf. Achtung! Da der Rahmen noch nicht fixiert ist, achten Sie bitte unbedingt auf eine ausreichende Sicherung. Überprüfen Sie die Rechtwinklichkeit der Pfosten zum Querträger mithilfe der Wasserwaage und klopfen Sie diese gegebenenfalls leicht mit einem Gummihammer in Position. Haben die Pfosten ihre korrekten Positionen erreicht, können nun die Bodenplatten im Fundament verschraubt werden. Bohren Sie dazu Ihr Fundament an allen vier Stellen einer Bodenplatte mit einem 8 mm Steinbohrer vor. Im Anschluss daran werden die Pfosten mit den Betonschrauben fixiert. Die Verschraubung sollte mit einem Drehmomentschlüssel mit 20 Nm erfolgen. Achtung! Achten Sie unbedingt darauf, dass die Bohrlöcher tief genug und frei von grobem Dreck sind. Die Schraubköpfe der Betonschrauben werden mit den mitgelieferten PVC-Kappen abgedeckt. Alternativ zu dieser Variante bieten wir verlängerte Pfosten als Einbetonierkit an. Die Bodenplatten werden dann nicht benötigt. Nun wird der zweite äußere Rahmen aufgestellt und ausgerichtet. Falls Ihr Carport sechs Pfosten besitzt, folgt dem Anschluss noch der mittlere Rahmen. Prüfen Sie die Parallelität der Rahmen, indem Sie die Abstände zueinander messen. Das Maß von außenkante Pfosten zu außenkante Pfosten der beiden Rahmen muss identisch zu Ihrer Dachbreite und somit der Länge des Hauptträgers sein. Kontrollieren Sie dann die Rechtwinklichkeit der kompletten Dachfläche durch Abgleichen der Diagonalmaße von Ecke Pfosten zu Ecke Pfosten. Bei ungleichen Maßen verschieben Sie den zweiten Rahmen in Längsrichtung, bis die Maße übereinstimmen. Haben die Pfosten ihre korrekten Positionen erreicht, können nun die Bodenplatten wie zuvor gezeigt verschraubt werden. Falls Ihr Bausatz einen dritten Rahmen enthält, wird dieser nun ebenfalls aufgestellt und ausgerichtet. Stellen Sie diesen dazu mittig zwischen die beiden ersten Rahmen und überprüfen Sie anhand einer gespannten Schnur die korrekte Flucht zu den anderen Pfosten. Bevor nun der dritte Rahmen aufgedübelt wird, empfiehlt sich ein Höhenabgleich der Pfosten. Spannen Sie die Schnur über die Pfosten und überprüfen Sie das Gefälle mit Hilfe der Wasserwaage. Bei einem nennenswerten Höhenunterschied unterlegen Sie die Bodenplatten mit den Ausgleichplatten, bis alle Pfosten auf einer Höhe sind. Um bereits verschraubte Bodenplatten auszugleichen, lösen Sie die Betonschrauben vorsichtig und unterfüttern die Bodenplatte. Alle Rahmen sind nun fertig vormontiert und aufgestellt. Im folgenden Schritt werden die Hauptträger auf die Pfosten montiert. Legen Sie die Hauptträger entlang der montierten Pfosten. Die Rundung zeigt nach außen. Bohren Sie an der Stelle, an der der Pfosten mit der Entwässerung sitzt, mit einem 48er Metalllochbohrer ein Loch in den Rinnenboden eines Hauptträgers. Stecken Sie den 50er Schraubstutzen durch das Loch und verschrauben Sie ihn mit dem Hauptträger. Kürzen Sie nun den Spiralschlauch auf die passende Länge. Befestigen Sie den 90 Grad Ablaufbogen an einem Ende des Schlauchs und entfernen Sie die Schlauchtülle. Stecken Sie nun das andere Ende des Schlauchs auf den Schraubstutzen am Hauptträger. Fixieren Sie beide Enden mit einer Schlauchklemme. Legen Sie nun mit Hilfe einer zweiten Person einen Hauptträger auf die Pfosten auf und lassen Sie den Schlauch samt Ablaufbogen in dem Pfosten verschwinden. Ziehen Sie den Ablaufbogen durch das Loch heraus und schrauben Sie das Gegenstück auf das Gewinde des Bogens. Bohren Sie anschließend mittels 4,8 mm Metallbohrer an der Vorder- und Rückseite durch die Laschen des Hauptträgers in den Pfosten. Der Abstand der Löcher beträgt jeweils 1,5 cm von der Außenkante des Pfostens. Hauptträger und Pfosten werden dann mittels Super-Saphir-Schrauben fixiert. Führen Sie den gleichen Arbeitsgang bei den verbleibenden Pfosten durch. Der erste Hauptträger ist nun befestigt. Wiederholen Sie den gesamten Vorgang mit dem zweiten Hauptträger. Im folgenden Schritt wird der Pfostträger zur Montage vorbereitet. Befestigen Sie dafür die U-Anker mittels Super-Saphir-Schrauben an der Unterseite des Pfostträgers. Die Positionen befinden sich bündig an beiden Außenkanten und, falls ein dritter Rahmen vorhanden ist, mittig. Die Kerbe der Bohrschablone zeigt dabei in Längsrichtung. Jetzt wird der Pfostträger mithilfe einer zweiten oder dritten Person auf die Mittelstützen gesetzt. Verschrauben Sie die innenliegenden U-Anker des Pfostträgers mit den Mittelstützen seitlich mit je vier Super-Saphir-Schrauben. Der erste Teil der Rahmenkonstruktion steht nun vormontiert auf Ihren Fundamenten. Bereiten Sie jetzt die Sparren vor. In vier der Sparren werden nun die Alurandstäbe eingezogen, die später den seitlichen Abschluss der Dachhaut bilden. Ziehen Sie den Alurandstab in zwei der Sparren auf der linken Seite ein und in zwei weiteren Sparren auf der rechten Seite. Achten Sie darauf, dass zwischen Sparren und Alurandstäben ein bündiger Randabschluss entsteht und sich keine Kante bildet. Passen Sie vorab die Alurandstäbe an. Die exakte Länge ergibt sich aus der Länge Ihrer Sparren abzüglich 65 mm. So ist gewährleistet, dass diese im späteren Verlauf der Montage zwischen den beiden Befestigungslaschen von Haupt- und Pfostträger Platz finden. Ziehen Sie anschließend in den verbleibenden Aufnahmen die XL-Gummidichtungen ein. Die Länge der Dichtungen wird dabei im späteren Verlauf der Montage angepasst. Je nach Farbe Ihrer Überdachung zeigt hierbei entweder die schwarze oder die weiße Seite der XL-Dichtung nach außen. Schieben Sie nun die Sparren in die Aufnahmen von Haupt- und Pfostträger ein und verteilen Sie diese gleichmäßig. Die Sparren mit den eingezogenen Alurandstäben müssen sich dabei jeweils an den vier Außenkanten der Überdachung befinden. Kürzen Sie, falls notwendig, die XL-Gummidichtungen. Befestigen Sie anschließend die Sparren mit der oberen Lasche von Haupt- und Pfostträgern. Bohren Sie dafür mit einem 4,8 mm Bohrer durch die Laschen in die Sparren. Befestigen Sie alle Sparren mit je 4 Super-Saphir-Schrauben. Schrauben Sie die Endkappen beider Hauptträger an und versiegeln Sie die Nähte von innen mit Silikon. Legen Sie nun die Aluminium-Laubfanggitter auf die hervorstehenden Laschen im Rinnenkanal. Sollten Sie unsere optionalen LED-Beleuchtungssets erworben haben, wäre nun der richtige Zeitpunkt, diese zu verbauen. Messen Sie abschließend die Abstände zwischen den Pfosten aus und kürzen Sie die Alu-Clips-Leisten auf die entsprechende Länge. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Zwischenräume der Sparren an Haupt- und Pfirstträger. Gratulation! Sie haben die Aluminium-Unterkonstruktion fertiggestellt. Punkt 3. Die Dacheindeckung In Punkt 3 wird der Zusammenbau der Dachhaut sowie das Anbringen auf der Unterkonstruktion näher erläutert. Als Tipp vorab. Bereiten Sie so viel wie möglich bequem am Boden vor. Prüfen Sie zudem, welche Seite der Stegplatten die UV-geschützte Seite ist. Die UV-geschützte Seite wird Ihnen auf der Schutzfolie angegeben und später der Sonne-Zugewand verbaut. Entfernen Sie einige Zentimeter rings um die obere Schutzfolie der Stegplatten. Der größte Teil der Schutzfolie bleibt weiterhin an den Platten haften. Wiederholen Sie dies auf der unteren Seite. Beide Stirnseiten der Hohlkammerplatten werden nun mit dem Aluflies-Klebeband verschlossen. Dadurch wird verhindert, dass Schmutz und Ungeziefer in die Hohlkammern eindringen können. Stecken Sie nun das Aluminium-U-Profil mit der Tropfkante nach unten auf die Stirnseiten. Versiegeln Sie den Übergang von Platten und Alu-U-Profil mit etwas Silikon. Stellen Sie die vorbereiteten Stegplatten zur Seite und lassen Sie das Silikon hart werden. Zur Vorbereitung der Montage der Alu-Verbinderprofile bohren Sie diese mit dem 8 mm Metallbohrer vor. Die erste Bohrung ist 9 cm vom Rand zu setzen, die weiteren Bohrungen sollten einen Abstand von ca. 30 cm haben. Als Orientierung finden Sie auf allen Alu-Profilen eine entsprechende Bohrnut. Legen Sie die erste Stegplatte gleichmäßig auf die äußeren Sparren auf. Die Platte sollte immer einen Abstand zur Firstmitte von mindestens 2 cm haben und im vorderen Bereich ca. 2 bis 3 cm in die Rinne ragen. Die dadurch entstehende Dehnungsfuge ist erforderlich, um den Platten eine Ausdehnung bei Temperaturschwankungen zu ermöglichen. Legen Sie nun ein Alu-Verbinderprofil mit einseitiger Dichtung am Ende der Überdachung bündig auf und bohren Sie mit einem 4,8 mm Metallbohrer durch die vorgebohrten Löcher in den Sparren. Befestigen Sie dann Alu-Profil und Sparren mit den 5,5 x 80 mm Bohrschrauben. Ist alles richtig verlegt, entsteht zwischen der Stegplatte und dem Alu-Profil ebenfalls eine Dehnungsfuge. Achtung! Passen Sie auf, dass keine Schutzfolie eingeklemmt wird und dass die Schrauben niemals durch die Stegplatten hindurchgeschraubt werden. Legen Sie jetzt Ihre zweite Stegplatte auf die Sparren auf. Kontrollieren Sie wieder die Ausrichtung der Platte wie zuvor. Decken Sie mit dem Alu-Verbinder die zwischen den Platten entstandene Dehnungsfuge ab. Auch hier werden Alu-Profile und Sparren wieder mit den 5,5 x 80 mm Bohrschrauben verbunden. Fahren Sie fort, bis das letzte Profil montiert ist. Die letzte Platte schließt wiederum mit einem Alu-Verbinder mit einseitiger Dichtung ab. Für das Rexoport Aluminium-System werden standardmäßig Alu-Klemmdeckel zur optischen Verschönerung mitgeliefert. Diese werden mit einem Gummihammer auf die Alu-Profile geschlagen. Als letzter Schritt wird das Alu-First-Profil montiert. Für eine ordnungsgemäße Absturzsicherung und um Schäden an den Stegplatten zu vermeiden, legen Sie bei der Montage eine Holzbohle quer auf die Alu-Profile. Achtung! Betreten Sie niemals die Stegplatten. Das First-Profil wird über Stegplatten und Alu-Profile entlang des First-Trägers gelegt, sodass die Dichtung zu den Stegplatten zeigt. Durch ein vorsichtiges Klopfen mit dem Gummihammer klickt das First-Profil in die Nut des First-Trägers ein. Schneiden Sie die Lippendichtung des First-Profils je links und rechts neben jedem Alu-Profil ein. Dadurch entsteht eine optimale Abdichtung der Stegplatten. Schrauben Sie nun die Endkappen des First-Trägers an und versiegeln Sie die Nähte von innen mit Silikon. Als letzten Schritt ziehen Sie die Schutzfolie der Stegplatten komplett ab. Nach dem gelungenen Aufbau wünschen wir Ihnen viel Freude an Ihrer Rexoport Carport-Überdachung. слова Technikon Schrauben Sie sich then Allah ' Hass Vielen Dank.